Booksnail, die Partnerbörse für gebrauchte Bücher. Unser Credo. Gebrauchte Bücher verdienen etwas Besseres als ihre Entsorgung. Booksnail.ch bringt lesehungrige, wissbegierige, vielleser, Büchersammler und Kreative in Kontakt mit Brockhausbetreibern, Antiquaren, Trödlern oder Secondhand-Templern. Unser Ziel ist es, neue Leser für alte Bücher zu finden oder Kreative für einen inspirierenden Werkstoff zu begeistern, um Bücher zu erhalten und um ihnen andernorts ein neues Leben und eine andere Aufgabe zu schenken. Und sollte tatsächlich mal ein altes Schätzchen nicht mehr zu retten sein, und das kommt viel seltener vor, als Sie vielleicht vermuten, wir kennen uns auch mit der fachgerechten Entsorgung alter Bücher aus und beraten Sie darüber kostenlos und unverbindlich. Besuchen Sie uns jetzt unter www.booksnail.ch und finden oder verkaufen Sie Bücherschätze.